Die Tränex-Akademie bietet Schulungen für Administratoren an, um Ihnen zu zeigen, wie Sie die wichtigen Tränex-Module effektiver nutzen können. Es werden regelmäßig Basisschulungen und spezielle Coachings angeboten. Ja, die Tränex-Akademie bietet Schulungen zur Bibliotheks- und Ausleihverwaltung an. Die Schulung umfasst Themen wie den Aufbau einer Bibliothek, Katalogisierung von Medien, Ausleihe und Verlängerung von Medien, standortübergreifende Suchen und mehr. Die Schulung dauert 60 Minuten und findet online statt. Weitere Informationen finden Sie im Terminplan auf Seite 17 des PDFs. Der nächste Termin für die Schulung zur Bibliotheks- und Ausleihverwaltung ist am 05.08.2024 um 11 Uhr. Weitere Informationen finden Sie im Terminplan auf Seite 17 des PDFs. Ja, die Schulung zur Bibliotheks- und Ausleihverwaltung findet online statt. Weitere Informationen finden Sie im Terminplan auf Seite 17 des PDFs. Gern geschehen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Tränex ist ein Web-System, das von Studierenden schnell und einfach ohne Schulung beherrscht werden kann. Es bietet umfassende Funktionen für Administratoren, die durch Schulungen der Tränex-Akademie lernen können, diese effektiv zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Tränex-Akademie akademie.trainings-online.de Hallo und willkommen bei der Tränex-Akademie. Sie wollen die Arbeit schneller und besser erledigen? Sie wollen ein Tränex-Profi werden? Sind Sie Studierender, Lehrkraft- oder verwaltungsmitarbeitende Person? Für Studierende ist das Tränex als intuitives Web-System angelegt, das man ohne Schulung sofort versteht. Die Akademie stellt den Studierenden einen Erklärenden-Einführungs-Akademie. aufge夜PMods mit der Mindestelle ist auf dem Leben propia. Sie sind dann in der Verهم, Indeed COOL-Berein-Erklärenden, die fördern sind auch Wunsch derhey flows. Jetzt gehen vor vielen Dank. Vielen Dank.